okay jetzt bin ich eigentlich der einzige mit einem dummen hut ich habe keinen hut ich habe drei hüte jetzt schon ich habe die hässliche kappe vom anfang die ich einmal getragen habe dann hier diese starre kappe und ich habe eine polizeimütze ich möchte die polizeimütze auf die sieht aus als wäre die viel zu groß für mich diese kappe doch ich habe ein verband auf dem kopf als hut kostet einfach tausend und sieht scheiße aus weil wir halt diese scheiß brille auf unserem kopf haben deswegen muss er die die mütze so richtig stupend obendrauf tragen das sieht so dumm aus der hat immer noch übelsten durchfall oh mann du bist ein bisschen gealtert Junge ich habe deine stimme funktioniert wieder wunderschön ja das sehe ich dass du Hilfe brauchst Sabotage Lockdown Power the generator ja okay okay also ich bin da mal weg der character guckt hat gerade von unten so nach oben geschaut hallo auch schon wieder der polizeimütze das fühle ich mich auch manchmal die haben hier immer die gleichen animationen bei mir hat sich jemand gerade die eigen ich bin in den typen reingefahren gerade da war ein schlüssel in seinem bauch hättest du seine eigenen gedärme rausgeholt also bei mir auch also die animation auch schon nicht gesehen tatsächlich hängt die animation nur davon ab in welchen stuhl du dich setzt wenn du dich immer in den gleichen stuhl setzt kommt immer die gleiche animation für dich bist du sicher? ja habe ich schon getestet deswegen gehe ich auch immer in den weil ich genau weiß was kommt Alter gibt es hier einen Kofferraum ach wie jetzt mal oh ja tschüss da ist Benzin wie sieht das? Flasche Flasche so schön hier ah ein Poster nimm auch mit auch noch eine Flasche ich habe jetzt drei Flaschen wuuu ey Justin Mund auf Mund auf Mund auf nein hallo Mund auf auf ok mua aaaaaaah ok ok sehr schön haben wir das auch geklärt ganz ruhig hallo oh oh da hat schon jemand einige Probleme mit seinem Darm alrighto ey da steht jemanden der ist glaub nicht nett so wir sind zu viert wie viele Generator müssen wir machen? sieben na wir sind zu viert also sehr wahrscheinlich fünf noch ein Poster yes dann müssen wir die Exit Gates aufmachen oh da kommt grad die ähm und dann gehen wir mal raus oh nein das wird wieder ein absolutes Gangbang geh da schon mal nicht rein oh ne das war das ist der Polizist ah da steht der Sonne an mir und schaut mich einfach nur an oh oh der kommt doch nicht hierher nein der kommt bei mir gleich rein oh mein Gott chill Bruder ich geh in den Kofferraum oh da kommt noch einer oh 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 Gott dir gehts nicht nach hinten na der Polizist ist bei mir draußen grad noch aber da könnt ihr jetzt wieder reinkommen hallo 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 Marvin na könnt ihr mal weiter raus gucken ok es ist hallo das sieht cool aus ok was wer braucht was der heule geht da ab bei euch kommt das doch D6 guck ich jetzt auch gern wissen ja ich wollte auch grad wegkicken oh geil du alte Gift alte Stinkmeuschel wo ist da wuh ah der Polizist wuh hallo ich hab dem ne Flasche ins Gesicht geworfen ja das gefällt dem und dann solls wer grad jemand hinter mir ich glaub er aber weiter ja der Eiermann vergewaltigt mich bitte wer ist denn der Eiermann ok ok ich hab ein Poster der hat mich nicht gesehen oder Jesus take the wheel fuck er sagt einfach nur Jesus take the wheel und schlägt auf mich ein äh hier das können wir anheben was das denn für ein Polizist alter bruder geht ruhig mein Junge Hilfe oh 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 ah man verhalts in mein Leben hm hm irgendwer knuspert hier gerade über was zur Hölle war das denn ein Polizist ey oh yit yit tschüss moin leute wollen wir vielleicht hier durch na klar seid ihr jetzt mal als Marvin Gang unterwegs oder was ist das na klar hallo raus damit und weg hier wieder und willst du stöhnen ich hab's noch nicht cool dokumente ein ding man ein siegelstein da kommt da kommt ein schreibt hinter uns das ist schön ruhig hier hinten wie viele generatoren müssen wir eigentlich finden wir haben doch keine quest wo das steht erreiche den ausgang ja eben ja es ist sehr unklar hier steht zumindest exit hast mich nicht gesehen ich laufe ich wissen wir erstmal zum exit und schauen also ich habe hier das geld machen noch schneller ich habe keine ausdauern so geht es hier hoch ich halte die manne zu nein ich will da nicht durchdrehen mach einfach zu danke ja nicht so ich hab ein poster gefunden dass direkt in dem raum von dem ich glaube da ist jemand nein nein und wir durch bitte schnell willst du ich wollte aber einfach nur drucken dass sie nicht hochkommt ist der hat das nicht gesehen der hat sie uns nicht ja da kommt man schon hat gar keinen bock auf das 100 däum halt nicht oh oh warte mal dann können wir die tür klar machen hey lass den den mein kleines wegzunehmen und doch doch ich hab auch noch mal zugetreten nein nein lass doch hier durchgehen ja warte ich komm bei mir gestunnt durch da oh gott oh gott oh gott oh noch ein ich geh woanders lang gewiss oh gott wo ist es denn mir ist das bissl zu wild hier ist da eigentlich noch einer Hilfe sorry du sperr mich doch nicht aus ich glaub es war ne gute idee nicht da mit euch lang zu gehen ok oh mein gott wo müssen wir denn hin sind wir dumm ich hab die exit gefunden und der jen ist hier ja ich bin auch hier ja dann aber es wird uns immer noch nix ist ein poster wie gesagt missionsmäßig doch hier ist wahrscheinlich ob wir das für hier hinbringen ja da ist der polizist können die pingen sein rig ab nein meins nämlich auch nicht scheiße scheiße ich hab gepinkt glaube ich also das funktioniert ne ne da hat es nicht funktioniert aber ich ping gleich nochmal jetzt haben wir nur einen gen aber wir müssen den oder sondern mehrere aber wir müssen das ding natürlich die ganzen nehmen ja ah ok das macht es schwer ja ich habe einen benzin Oh, nöööööööööööööööö. Danke, Justin! Gern doch. Hier's n' Dokument hat. Da, wo wir den Typen, den Großen gestunnt haben. Hehe. Auaa, wie hat er mich gestroffen? Du Bastard! Ah, jetzt hat er mich und wieder- Ehhhhh. Hat er? Ja. Okay. Der kommt direkt auf dich zu, der Polly. Hallo. Justin, ich bin's nochmal für dich. Ja. Einfach damit wissen, woraus wir ihn tragen müssen, genau. Wir müssen da jetzt mal hin, langsam. Oh, warum bist du hier? Du hast jetzt Benzin, ne, Franz? Ja. Okay. Da ist jemand rechts neben dir. Ähm... Lauf! Also auf der anderen Seite kommt auch noch jeden... Oh mein Gott, okay, lauf einfach weiter, lauf einfach! Lass ihn in Ruhr, lass ihn in Ruhr! Äh, der Body blockt mich! Lass ihn in Ruhr, hallo! Äh, ja! Aua! Ah! Mein Alles! Ähm, lass es lieber... Oh mein Gott, das sind alle! Ich hab hierhin ein paar gestanden! Aber mein kleines Problem hier! Oh mein Gott! In Ordnung, Mama! Uiuiui! Ja, hier hinten ist nicht gerade ein guter Durchgang. Tja! So, der Polizist ist noch hier und noch ein anderer Typ ist auch noch hier. Mich verfolgt einer... Fuck! Wie komm ich da rüber? Aber wenn der Dampf stehen bleibt, kann ich nicht zu euch kommen! Banz ist down! Naja... Ich... Ich hab hier ein kleines Problem! Hm... Der Polizist ist hier. Oh, der Große ist da auch noch! Ja, den... Der Polizist ist bei mir! Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich! Ich hab dich, Bruder! Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n zu knapp, aber hey! Hat Funktion... Ihr solltet auch fahren, da sind noch zwei! Der Polizist kommt zu euch wieder! Der Polizist ist bei mir? Oh... Okay, jetzt geht er weg! Äh... Ah, da kommt jemand direkt vor euch! Mandric ist nicht ready! Das ist Fake Marvin! Ah fuck, ich kann mich auch nicht so schnell fragen! Ah! Hier ist ein Dokument übrigens, falls jemand will! Ah, nö! Das hat alles zu tun! Solche Doktors, ne? Oh nein, die DTS! Uuuuuh! Uuuuuh! Ah! Auf mich abzustechen zu wollen, Junge! Bei... Bei mir sind gerade zwei! Einer der Große da und... Alter! Der liegt voll an meinem Arsch! Bei mir ist der Psychosis Mann drin! Ich hab'n Problem! Alter! Der geht nicht weg! Jetzt, Jacke! Jetzt steh' mich halt ab, wenn du dann zufrieden bist! Achtung! Der Psychosis Mann kommt zu dir, Justin! Oh mein Gott! Hier ist noch der Kopf! Alter! Was geht hier ab? Ich will hier nicht mehr! Wie? Der hat Psychose vor sich hin gespritzt und ich bin reingelaufen! Warte, warte! Justin! Justin! Ich hab'n für dich! Ja! Der schwarze Mann ist in dir! Ja! Ich hab'n Antidote! Ja! Ja! Der schwarze Mann ist in dir! Der schwarze Mann ist in dir! Ich hab'n eins gegeben! Ich hab'n eins gegeben! Das kommt noch von die Zysto! Oho! O conteúdo les xem! Ich hab'n! Achso! Hier ist der escuchig! Ich hab' nur noch einies Ton! Goddes Oxford! Los, 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 los! Ich bin jetzt auch fast tot! Ich hab' keine Metz mehr! Wo sind wir jetzt? Die sind beide an Wir müssen sich nur noch auffüllen Ach so! Aber wir haben's nicht Je hab'n's für Nee, das liegt da hinten nicht Aber das ist nicht so weit weg hier ist noch healing falls das jemand braucht justin ja ja ich hab auch noch für dich wenn ich wollte jetzt noch medisch schrank nehmen wollte ich gerade aufmachen mit einem lockpick machen kann naja wird schon passen jetzt wird mal eingefüllt hier schön schlucken mein kleiner alles schlucken jawohl nein du bist auf der anderen seite von so einem scheiß hochzieht ding da ist an wir müssen meine spritze suchen ja ich durfte eine gehabt nicht da lang nicht da lang ich durfte eine gehabt haben weil genau dafür hebe ich dem einen mangelnd auf rückwärts am mann eh wie kommen wir sein spritzer näher auch nicht ich müsste eine bei mir gehabt haben ja aber dann müssen wir erst mal zu ihr es gab es ungünstig und gerade meine ist eigentlich die ganze zeit sehr ungünstig mhm 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 naja der muss ein bisschen ring around the rose spielen hier der bitzl doktor ist hier ich hab ne spritze hier ich hab eine ne ich hab da liegt eine neben den franz direkt oh du schaffst es aufstehen du schaffst das alter ich bin auch schon wieder rot ist oh oh ich glaube hier kommt jemand her einfach durchlaufen auch wenn man nichts sieht einfach durchscht seid ihr durch? ja ich bin durch wo müssen wir hin? hier zu mir hier zu mir genau und rauf ich bin falsch scheiße ich bin von uns kommt mit falschen seite ich glaube wir werden nachschlossen wir haben ein problem aber hinten ist doch was ganz anderes markiert das shuttle ist doch woanders ja aber das ist der ausgang wie du da rauskommst bitte er saugt mich einfach zurück hier soll ich schon mal den knopf drücken hier steht jemand soll ich den knopf schon mal drücken ja klar drei minuten ich habe es gesagt er ist irgendwo ich bin doch ja ja oh fuck genau ist noch mehr ja das wird keine ablust sag was du jetzt nicht sagst du wie es ist hä was wahrscheinlich einfach nur durch die poster ja aber datensammler abbrechen erhalten ich habe 8 mal damage bekommen wie habe ich da bloß wie hast du 8 mal loser ich habe hier ja ok irgendwas muss der gemacht sein um den zu bekommen na gut sterben zählt denke ich mal schon sehr stark rein ja sterben zählt halt extrem heftig und ich habe einen kopf ist das eine lampe hat er eine kirche im mund oh wie geil das will ich in mein zimmer so ah cool das ist halt echt eine lampe voll geil und die wand mache ich auch noch blaue wallpaper und die lampe die lampe ist so geil ha fuck alles klar und die blaue wand ist auch ganz nice eigentlich alles klar leute das war es wieder mit dieser folge von the outlast trials wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein like und ein abo da und bis zum nächsten mal tschüss